Jaden J, ein außergewöhnlicher Name, aber auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich bedanke mich schon vorab für deine Offenheit, denn heute reden wir über eine Geschichte, die noch immer ein bisschen ein Tabuthema ist, denn du wurdest als Mädchen geboren und bist heute ein Trans-Mann, wie es aktuell heißt. Schön, dass du da bist und danke, dass du mit mir darüber plauderst. Danke für die Einladung. Du bist 20 Jahre alt, das dürfen wir verraten und du sagst selber, du hast sehr, sehr früh bemerkt, schon in deiner Kindheit, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt. Wie kann man sich das vorstellen? Also es war früher einfach so, in der Grundschule habe ich das dann schon so gemerkt, dass es innerlich nicht passt, vom Gefühl her. Und ja, mit der Zeit, mit der Pubertät hat man das dann und spielt man das immer mehr. Das heißt, du hast einfach, also natürlich, deine Eltern haben dich gekleidet als Mädel, du hast dich auch als Mädel gekleidet, aber es gibt viele Mädels, ich war zum Beispiel auch so ein Mädel, das sehr viel mit Burschen gespielt hat, aber ist es einfach ein Gefühl und denkt man darüber nach, was ist es und kommt man da mal in diese Richtung? Ja, bei mir war das so, dass ich habe mich einfach falsch gefühlt, wie irgendwas nicht passt und ich habe mich dann auch immer, also als erstes habe ich schon Kleider und so angehabt und dann mit der Zeit einfach nur meine Hosen angezogen, ich habe ja mit meinem Bruder auch von Tänis gewohnt, und dann habe ich auch im Fernsehen eine Reportage gesehen und dann, der hat genau sich so gefühlt, wie ich mich gefühlt. Also das heißt, du hast es gar nicht einordnen können, oder? Oder denkt man vielleicht, man ist homosexuell oder so? Ja, als erstes war das bei mir das Thema so, ja, vielleicht bin ich einfach lesbisch, nur dadurch, dass dann einfach das Gefühl anders war. Schon in der Grundschule war das ein Thema für dich, das ist ja eigentlich ein Indiz, dass diese Transsexualität angeboren ist. Trotzdem ist es ein schwieriges Thema und ich glaube, ganz schwierig ist es zum Ehrenen für sich selbst festzustellen und ich glaube, die größte Hürde ist, das der Familie mitzuteilen, oder? Genau. Wie war das für dich? Das war schwer. Als allererstes haben es ja zwei Freunde für mich gewusst, mit denen ich schulgegangen bin und das hat dann, ich glaube, so circa ein Jahr gedauert, bis ich das überhaupt mehr erzählt habe. Die erste war die Tante, die hat das viel gut aufgenommen, die hat mir geholfen, mich unterstützt. Ja, mit meinen Eltern, das war so eine andere Sache, mit dem Hotting dann. Da war ich damals im Krankenhaus, weil es mir nicht gut gegangen ist und dann habe ich mit dem Arzt darüber geredet und der Arzt hat dann halt mit der Mama drüber geredet. Ja, als Erster sind halt immer alle schockiert, aber jetzt mit der Zeit nehmen sie es so auf, wie es ist. Du warst im Krankenhaus, du hast psychische Probleme gehabt deswegen, oder? Genau. Und auch, und du bist in der Szene, wenn man so sagen kann, nicht der Einzige. Du hattest einen Suizidversuch, oder? Genau. Wie alt warst du da? 16. Also wirklich so mitten in der Pubertät, nicht wissen, wohin man gehört, oder? Genau. Diese psychischen Probleme, wie hast du die jetzt im Griff? Jetzt besser. Jetzt, also es ist von Zeit zu Zeit einfach besser. Das heißt, der Arzt hat dann so quasi, hat er den Startschuss gegeben in diese Phase der Veränderung, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Ich habe viele Arzttermine gehabt. Ich war, dadurch, dass ich früher oft im Krankenhaus war, hat jeder Arzt nur mit mir geredet, keine Gutachten gemacht, gar nichts. Und dann haben sie mich nach Graz verwiesen, zu einer Spezialistin, die das sowieso macht. Und da war ich das erste Mal unten. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können sofort aufhangen mit den Hormonen. Und dann ist sie schon alles gelaufen. Wenn sie sagt, man kann gleich beginnen, so ganz einfach wird es nicht sein, oder? Da braucht es schon Voruntersuchungen. Und was passiert da alles, dass es dann wirklich dieses Okay gibt? Ja, also bevor du Hormone kriegst, musst du ein paar Gutachten machen. Therapiestunden brauchst du viel. Ja, und dann alles, Blutwerte und alles, muss alles passen. Was war für dich so das Zeichen, das typischste Zeichen, dass du völlig falsch im Körper bist? Ja, weil ich das einfach gefühlt habe, weil es einfach innerlich wie ein Gefängnis ist, wo du halt einfach nicht ausser kannst. Du hast vorher gesagt, deine Freunde, du hast das erzählt. Was haben die, wie haben die reagiert eigentlich? Die haben gut reagiert. Die haben mich eigentlich auch vorher schon, bevor sie es, also die haben es ja nicht so gewusst, aber die haben mich vorher schon so behandelt, wie jetzt. Also auch, ja. Aber ich glaube, natürlich jetzt haben wir gesagt, für die Familie ist es schwierig. Im schulischen Umfeld ist es wahrscheinlich auch nicht für jeden leicht. Und wir wissen, Kinder, Jugendliche können sehr, sehr gemein sein. War Mobbing ein Thema für dich? Ein großes Thema. Wie ich damals in Bruck schulgegangen bin, habe ich die erste, zweite Klasse gemacht. In der zweiten Klasse, wie es dann halt alle gewusst haben, wie man dann auch die Haare abgeschnitten hat, sind sie mir dann richtig angegangen, alle. Da wollte ich dann auch gar nicht mehr schulgegangen, bin die halbe Zeit nicht mehr schulgegangen. Dann habe ich die Schule gewechselt, nach Katrin. Da ist es dann besser gewesen, aber halt auch immer so kleine Sachen, was waren. Es gibt Transsexuelle, die ihren Körper nicht verändern. Aber ich glaube, du bist schon dabei, deinen Körper auch zu verändern. Das heißt, machst du auch Operationen, geschlechtsangleichende Operationen? Ja, ich habe jetzt schon drei Operationen gehabt. Im Juni habe dann die nächste und die größte Operation. Und dann folgen noch zwei, drei Operationen. Es ist auch so, dass Transsexualität ja nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat. Das heißt, du stehst jetzt auf Männer oder Frauen? Geschlecht ist mir eigentlich egal. Ich schaue immer so auf den Charakter und auf den Menschen. Also ich verliebe mich auf den Menschen. Du verliebst dich. Das ist ja schön. Das heißt, es gibt oder gab zumindest schon Partner in der vergangenen Zeit oder aktuell? Ja, aktuell auch. Okay. Wie schwierig ist es, einen Partner zu finden? Schwer. Vielleicht ist es auch deswegen sehr, sehr schwierig, weil Bruck ist ja jetzt nicht gerade die große anonyme Großstadt, sondern eher ein Dorf. Wünscht ihr ab und zu eher in der Anonymität der Großstadt zu leben? Ja, schon. Da, wo mich dann keiner kennt. Ja. Ist das ein Thema normal für dich, wegzugehen von hier? Ja, weit weg, wo mich dann wirklich keiner kennt. Also wirklich neu durchzustarten? Ja. Eventuell mit deinem jetzigen Partner an der Seite? Ja, ich hoffe. Jetzt haben wir 2020 und wir sitzen hier und reden über Transsexualität. Es wird sicher einige Zuschauer geben, die darüber schockiert sind. Dessen bin ich mir bewusst und dessen bist du dir bewusst. Aber ich glaube, gerade deswegen sitzen wir hier, weil dir diese Aufklärung wichtig ist. Warum ist es dir so wichtig? Weil ich einfach glaube, dass das heutzutage normal ist, so zu sein, wie man ist und dass man jeden so nehmen kann, wie er ist. Wir reden hier, du hast da schon ein Zeitungsinterview gegeben und du klärst sehr, sehr viel auf über soziale Medien. Wie läuft das da ab? Ich poste immer Fotos oder in meine Storys, wo so die nächsten Schritte sind. Oder wenn ich gerade die nächsten Schritte habe, beispielsweise OP-mäßig, da schaue ich halt, dass ich genug Informationen rein tue ins Internet. Ja, und dass dann halt alle Bescheid wissen, wie das weitergeht. Das heißt, seit 2017 kann man dich auf Instagram begleiten auf deinem Weg. Das heißt, du zeigst dich auch zum Beispiel nach der Operation, wo die Brüste weggenommen wurden? Okay, was gibt es da für Reaktionen drauf? Die meisten sind eigentlich ganz gut. Hätte ich mir nicht erwartet, aber es sind viele Kommentare unter dem Foto, die gut sind. Du hast 16.000 Abonnenten, glaube ich. Ja. Ja. Wie gesagt, die meisten, also da sind schon sehr, sehr viele, die Zuspruch geben. Aber gerade im Netz ist es so, dass ja eigentlich es auch sehr einfach ist, zu beleidigen. Wie gehst du mit Negativkommentaren um? Die ignoriere ich. Manchmal ist es schwer, das zu ignorieren, aber die meisten Leute wissen ja gar nicht, warum sie eigentlich beleidigen. Sie beleidigen halt einfach und kennen sie meistens dann nichts aus. Wie geht es dir mit deiner Familie heute? Besser wie vorher. Jetzt akzeptieren sie das umso mehr, dadurch, dass sie gesehen haben, dass das einfach so ist und dass es keine Phase ist. Bei Vorraux-Rakasen, das ist eine Phase. Aber jetzt passt es eigentlich. Jaden Jey ist ein Künstlername. Ein sehr beliebter Jaden, glaube ich, weil es ein Unisex-Name ist. Oder warum ist der in der transsexuellen Szene so beliebt? Ich glaube, weil das für ein Mädchen unteren Jungen spricht der Nomen. Deswegen haben dann auch viele Trans-Leute ausgeführt. Okay. Du wirst ja dann offiziell zum Mann. Das heißt, es werden auch deine ganzen Dokumente umgeschrieben. Ohne ihn jetzt zu verraten, hast du schon einen Namen ausgesucht für den bürgerlichen Weg? Einen Vornamen? Ja. Hast du schon? Ja. Okay. Hast du den abgeklärt mit deinen Eltern? Weil es ist so bei der Geburt, suchen die Eltern den Namen aus? Ja, das mit dem Namen war ein bisschen schwer zu abklären. Ich habe nämlich früher in der Schule Niko geheißen und dadurch hat auch jeder zu mir Niko gesagt. Ja. Und dann habe ich meistens mit dem Papa diskutiert, was nehme ich jetzt für einen Namen, den oder den. Ja, und dann sind wir eigentlich eher auf den gekommen, dass der passen könnte, also der Namen schäden. Okay. Der bleibt? Der bleibt. Okay. Weil du dich mit dem am besten identifizieren kannst. Genau. Du bist ja nicht der Einzige, dem es so geht. Welchen Tipp hast du parat für jemanden, der sich so falsch in sich selber fühlt? Dass man einfach offen reden sollte und sich sagen sollte, wie man sich fühlt, was man denkt. Und dass man einfach heutzutage vor allem ganz offen mit dem Thema umgekehrt kann. Das heißt, diese Vertrauensperson einmal holen, oder? Ja. Dass man den Rücken gestärkt hat. Ja. Kannst du sagen, dass du jetzt glücklich bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das Schönste. Oder sagen wir so, auf diese Antwort habe ich gehofft, weil du nimmst wirklich viel auf dich. Und ich hoffe, dass man mit diesem Gespräch mit deiner Offenheit, ich merke natürlich, dass es für dich auch nicht ganz so einfach ist, aber du bist auf dem richtigen Weg, weil man hat nur ein Leben. Und ich denke, da hat jeder das Recht dazu, so zu leben, wie er es möchte. Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst, dass du mit uns geplaudert hast. Und wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Und ja, du bist auf dem richtigen Weg und man spürt, dass du angekommen bist. Dankeschön.